Um ein Friseur zu sein, muss man Stylist sein, das Gespür für Menschen haben, die Persönlichkeit erkennen, den Menschen helfen sich zu präsentieren, um anders aber attraktiv zu sein. Das ist die Kunst. Um ein Friseur zu sein, muss man Psychologe sein, den Menschen zuhören, nahe kommen, berühren, in Kontakt gehen, Vertrauen bekommen und verändern. Im Herzen der Metropole von den Besten lernen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein und um die nächste Generation kümmern, damit das Wissen weitergegeben wird und die Qualität immer bleibt. Mode kommt und geht und Qualität ist immer in. Es ist viel mehr als nur Haare schneiden.